hallo leute und ihr seht hier mir ja ihr seht hier meinen desktop ihr seht hier hypercam den ich jetzt mit aufnehme x2 papierkorb warlord und das sind age of empires 2 die beiden seht ihr kein age of empires 3 erklärt fragt nicht warum und ihr seht hier warum habe ich weiß gar nicht warum ich so viel habe da habe ich eigentlich egal ja was sollte ich sagen ach ja das ist ja eine ankündigung ja ich werde mit dem computerspiele aufhören weil wegen die computerspiele installieren gibt es störungen und ich will aufhören ja punkt ende hey komplett was wollte ich noch sagen ach ja es ist ja noch ferien und ich werde vielleicht videos drehen aber vielleicht nur warlast betekei drei ja und ja das ist alles guter youtube kanal is it hier